Hey, hallo hier die Freunde, da bin ich wieder, der Marc, und ich möchte euch jetzt mal vorführen, wie das Hovercraft funktioniert. Okay, Batterie schon installiert und eigentlich hat das Hovercraft auch Luftausgänge bzw. Kühlschlitze, aber die habe ich alle mit Silikon zugemacht, damit ja kein Wasser reinkommt und damit der Regler nicht unter Wasser ist. Okay, gucken wir mal, wie das Ding funktioniert. Einen Moment, und los geht's. I think you should run. Oh, crap. Okay. 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 Yeah. Okay. Das war's für ein paar Minuten. Two Minuten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020